ALDEMAR HD Toll Hey Leute, hier ist der Aldemar, zurück mit Anno 1800. Hier sind wir, in unserem Superdorf. Ach ja. Oh, guck mal ein kleines Wauwi! Und es ist weg. Ach ja, guck mal, wir sind im Arbeiterviertel. Ach ja. So, wie komm ich hier nochmal raus? Ah, Escape. So, was haben wir getan? Müssen wir jetzt mal gucken kurz. Also, ich weiß, dass wir Schiffe bauen wollten. Oder ich glaube, ich konnte sogar. Hier. Kanonenboot. Wird gebaut. Können wir zwei bauen? Machen wir jetzt mal eins. Und dann, äh, gucken wir mal. Ah, der Aldemar ist auch dabei. Der ist, äh, ja, im Teamspeak. Wir sind auf Push-to-Talk. Also, äh, wir könnten mal plappern, wann wir wollen. Ich wollte das euch nur nochmal sagen, für die, die vielleicht einfach jetzt einschalten. So. Also, wie läuft's hier? Müssen wir mal gucken. Ich muss auf jeden Fall viele Häuser upgraden. Äh, wir brauchen noch mehr Arbeiter. Wir brauchen noch mehr Bauern. Gucken wir mal. Also, ich habe hier, glaube ich, eine Bar gebaut. Ohne euch, bin mir nicht mehr sicher. Äh, Steinstraßen bauen, damit der Einfluss weiter wächst. Wurde mir gesagt. Äh, also, das wusste ich nicht. Das steht doch hier nicht, oder? Hier steht, verbessert die Straßenbindung und ermöglicht einen schnelleren Warentransport. Da steht nicht, erhöht den Einfluss der jeweiligen Gebäude. Deswegen machen wir das jetzt mal hier. Wir bauen am besten auch nur noch diese Straßen. Gerade hier im Zentrum unbedingt mal. So, die Schule. Können wir die bauen? Was brauchen wir denn noch dafür? Äh, 2500. Oh, wir... Ah, warte. Und? Oh, komm schon! Komm schon! Wir schaffen das! Was fehlt denn jetzt immer noch, 2500? Das gibt's doch nicht. Ah! Ja! Disneys große Pause. Ach ja. Okay. Ach ja. Schön groß ist es geworden. Wir müssen auf jeden Fall... Oh man, jetzt kostet es natürlich Geld. Jetzt haben wir Miese. Ich wollte mal gucken, ob wir was verkaufen sollten. Wir sollten ja immer mal gucken, dass wir ein bestimmtes Anteil verkaufen. Sagen wir mal, hier mal immer... Äh, 100. Bretter übrig haben. Da können wir nämlich den Rest verkaufen. Äh, Fisch können wir ruhig auch immer so verkaufen, bis bei 100 ist... Immer so... Ist das doch richtig so, ne? Was haben wir noch? Guck mal, Kartoffeln... Oha, Kartoffelschnaps, schon wieder Mangelware. Ich hab ein bisschen was gelernt. Also zum Beispiel, ähm... 1 zu 1 bei Schweinefarmen. Segel können wir ein bisschen verkaufen. Haben wir auch mal... Wir machen auf jeden Fall extra Einnahmen hier. So. Ja, wir müssen Kohle machen. Kohle, Kohle. Ich finde... Ah, das sieht alles sehr schlecht aus. Oha. Oh, wir müssen gucken. Gebäude bauen kostet ja auch alles, ne? Jetzt müssen wir erst mal gucken. Schnaps. Habe ich eigentlich ein paar extra gebaut. 1, 2, 3, 4. Wir haben Kartoffelprobleme. Hier... Warte mal. Produktion für eine Kartoffel nimmt sich... Steht ja hier, glaube ich. Äh, 3 Sekunden, 3 Sekunden. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen noch ein Kartoffeldingens. Machen wir hier hin. Kostet bestimmt jetzt... Oh, das. Der Holzfäller. Den Holzfäller könnten wir auch mal umsetzen. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. Uh! Sehr schön. Toll. Baumaterial fehlt. Ja. Einfach Geld fehlt. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Aber wir haben viele... Oh, jetzt geht's runter. Komm schon. Ach, Geldprobleme. Wir müssen noch mal eine Quest machen. Wo ist denn unser Schiff? Machen Eskort... Eskorte? Gut, dann haben wir gleich eine Quest fertig. Äh, hier waren wir noch am Bauen. 66, 30, 2. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass ich erstmal mein Geld hier in den Griff kriege. Ich hab halt Scheiße gebaut. Jetzt muss ich das alles erstmal fixen. Okay, meinen ganzen Müllstahl mal aufräumen. Gerade bei Fleisch muss ich gucken. Ähm, so wir haben... Ein Metzger. Habe ich echt nur eine Metzgerei. Wir haben 1, 2, 3 Fleischfarmen. Und das kostet alles Geld natürlich. Ne, tut's nicht. Können wir aber trotzdem nicht bauen. Machen wir es hier hin. Ist doch auch egal, oder? So, machen wir die erstmal wieder weg. Können wir auch immer noch woanders hin bauen. Guck mal, so passen hier mehr hin. So, dann das hier. Was brauchen wir denn jetzt noch dafür? Was fehlt denn? Na, die Hand mal weg. Äh, Geld. Ahhhh. Oh! Mein Damen und Herren, der hat Handel. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das müssen wir jetzt erstmal mit dem Schnaps unbedingt ausbessern hier. So, weil es nix mehr explodiert auch hier, ne? Ah, ich hab halt ziemlich viel Geld verbraten. Das war halt blöd. Ich könnte die doch eigentlich mittlerweile nebeneinander stellen, oder? Passt auf, das machen wir auch. Und zwar, ähm... So. Alles mal ein bisschen ändern. Dann explodiert zum Teil halt irgendwann mal. Für egal. Für egal. Nicht wahrscheinlich, aber... Äh... Mal so. Okay, das haben wir. So, das mal ein bisschen optimieren hier. Oder haben es optimiert. Hoffentlich. Ladies and Gentlemen. Wie sieht's denn mit meinen Handelsgildendingern aus? Die ja nix bringen. Wie viel Geld kosten die? Minus 50. So, wir haben niemanden, den wir hier reinsetzen konnten. Äh, das ist für Holzfäller. Wo hab ich denn noch so welche gebaut? Dahin. Und da steht auch eins. Pass auf, dann tun wir das... Tun wir das jetzt mal hier weg. Ja, gibt's sogar Geld wieder. Und dann haben wir hier eins. Und... Hab ich hier unten noch eins gebaut? Wir haben bestimmt noch irgendwo eins gebaut. Äh... Da müssen wir jetzt... Den... Pass auf, die tun wir jetzt auch erstmal weg. Mal scheißen drauf. Wir haben noch nicht genug Leute dafür. So. Okay. 25... 500. So und zu viel. Habt ihr alles. Habt ihr wahrscheinlich nicht. Brot fehlt. Eine Güte. Bäckereien? Hab ich Bäckereien überhaupt schon gebaut? Hab ich glaube ich noch gar nicht gebaut, ne? Mehr... 200. So. Dann müssen wir jetzt endlich mal eine Bäckerei bauen. Ich weiß gar nicht. Jetzt gucken wir erstmal. Die machen das in 30 Sekunden und Brot ist fertig in einer Minute. Lassen wir das erstmal so. Kostet alles natürlich Arbeiter und so. Okay. So. Und zu zweit in sich. Ich darf die einfach nicht vergessen. Lager ist voll. Dann müssen wir jetzt hier auch gucken, dass immer alles schön verkauft wird und was volles. 50... 50... 50... So. Ziegel werden hier gebaut. Na, wir haben noch Ziegel. So, dann... Ähm... Müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir das hier schön... Äh... Fertig bauen. Wuh! Stadtfest hat in Monkey Island begonnen! Sehr schön. Bierfest! Dat Bierfest! Oh, was ist denn jetzt los? Anteil verkaufen. Wählen sie Anteil erwerben oder verkaufen möchten. Übersicht der Insel Anteile. Ne, das ist mein. Ich bin doch nicht wahnsinnig. Anteileinkommen. Hm. Wuh! Wuh! Das Bierfest! Ach ja! Wunderschönes Bierfest! Ach, hier ist ne... Woah! Cool! Heisi! Bei mir gibt's ein Bierfest! Wuh! Muss mal gucken, da ist ne Parade! Äh, wie komm ich da nochmal zu dir? Ja! Ohoho! Ah, Hilfe! Wuh! Cool! Die Bierfestparade! Dada-dan-dan-dan-dan! Wuh! Kamelle! Alarf! Kölle! Kölle Alarf! Ich glaub, die Insel hab ich gefunden! Wo ist ihr Fest? Kamelle! Kölle Alarf! Wuh! Wo denn? Oh, ich seh's! Oh, das ist ja cool! Wie hast du das denn hingekriegt? Ich bin der Beste! Das wissen wir, aber ich möchte trotzdem wissen, wie du das hingekriegt hast. Ich hab keine Ahnung warum, weil die mich feiern stand da irgendwie. Aha! Das könnten sie bei uns eigentlich auch mal machen. Ist das cool! Das ist ja cool! Geh mal in den Ego-Mode! Geh mal in den Ego-Mode! Hab ich, hab ich! Ich hab mich am Straßenrand gestellt und Kamelle gerufen. Mache ich ja auch grad, ja das ist voll cool. Ich hab eh grad noch mal gesagt, wie cool dieser Ego-Modus ist. Ah, die Pisse passen mit dir. Ach, cool! Oh, ich hab jetzt Einkommen von plus 1500. Was denn jetzt auf einmal passiert? Ich hab die ganze Zeit miese gehabt. Gute Frage. Ich steh grad mitten bei deinen Dingens hier. Wir, wir laufen mit in der Parade. Also wenn ich dich seh, grüß ich dich. Ich würd mal gern wissen, ob man einen sieht. Oh, ich glaub nicht. Das wär aber cool. Das wär ziemlich edel. Schon sehr cool. Aber wir müssen hier wieder raus. Wir müssen arbeiten. Kamelle! Hehehe, ist das cool. Oh, jetzt sind sie weg. Die sind zum Bierhaus gefahren. Das Bierfest. Ist das nicht schön? Ach ja. Cool! Hat mir gefallen. Hehehe. Ich seh eben die Semino zu holen jetzt. Auch hier zeigen. So! Okay. Oakley Doakley. So, Brotmühlen. Nö, 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 nö. Machen wir hier so. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da haben wir noch ein paar extra. Wegen den Segeln. Okay. Ähm. Wir helfen, wo wir können. Das ist jetzt mein A-A-A-M-S-Gybra. Äh. Schoner. Das ist der Schoner, ne? Das ist der, ähm. Oh! Guck mal, Kitty Kätzchen! Nein, das ist... Ähm. Ich bin auf Woky Island. Äh. H-M-S-R-A-H-D. Altem A-H-D. Ja, das ist das, äh. Und dann, äh. 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 Guybrush. Das ist die Guybrush. So, da ist... Jede Schiff brau... Ei! Sag mal, nicht das Kanonenboot. Wo ist denn mein DAS Kanonenboot? Guck. Kleines Kanönchenbötchen. Zwei Kanonen. Süß. Nur ein paar Wellen entfernt. Nur ein paar Wellen entfernt. Ich brauche noch eins. So, jetzt hier... Wir haben an Einfluss verloren. Was? Warum? Das war doch alles super. Okay. Ähm. So, fangen wir an. Wir brauchen hier auf jeden Fall Leben. So, dann brauchen wir jetzt hier mal auch... Oh, Arbeiter brauchen wir auch direkt. Dich, Trottel. Das sind Arbeiter gewesen. Blumen für die Dame. Wunderschön wird es hier. Und ich hab mich scheiße verbaut. Sehr schön. Okay. Dann können wir jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe hier... Das Spiel läuft ja auf langsam. Und ich lass mich hier grad ein bisschen stressen. So. Da ist das. Da hat Brumme. So. Dann brauchen wir jetzt noch... Das... Äh. Tavernchen. Wunderschön. Nur Intervention gibt ein... Wärmchen. Bierchen. Alles so ein bisschen... Asynchronieren. Pass auf. Wir können mal hier... So. So. Okay. Machen wir mal... Strohballen aufrollen. Ja. Talente. Hohe Talente. Das ist natürlich viel zu früh hier. Äh. Zeitungsarchiv. Ach ja. So. Damit warten wir lieber noch. Das ist auch... Zwei. Wie sieht's aus mit normalem Holz? 75. Wollen wir noch ein Holz... Äh. Sägewerkchen. Wunderbar. Machen wir das mal hier hin. Okay. Da müssen wir schon Rassen bauen. Schadrasen. Da auch. Und da müssen wir Kartoffelfelder bauen. Und wieder mit der Brennerei anfangen. Also wir sollten wenigstens bis zur... Ne. Warte mal. Wir könnten hier Ziegel machen. Dann... Bräuchten wir auch Arbeiter für das erste Dingens? Wo steht denn was sie brauchen? Es brauchen alle Arbeiter, ne? Das geht leider nicht. Also die Grundressource. Also wir bräuchten schon normale Arbeiter. Ähm. Dann brauchen wir auf jeden Fall Schnaps. Und alles was so viel produziert wird, wird ja verkauft, ne? Schiff vom Stapel gelaufen. Uh. Sehr schön. Okay. Auf jeden Fall ne Feuerwehr hier. Spielstand gespeichert. So. Die haben wir auch. Ähm. So. Kartoffeln. Kartoffeln. Ich drück immer da drauf. Ich weiß auch nicht warum. Cool. Die Parade war so cool. Das hat mich voll geflasht jetzt. Was? Muss noch nicht voll. Hätte ich auch oben hinsetzen können, ich Trottel. So. Ähm. Ein Feuer ist ausgebrochen. Mally Island. Ich wusste es. Gut, dass ich Feuerwehr gebaut habe. Werde noch ausgebildet. Los, los. Haha. Die Spiel ist so cool. Okay. Wir müssen jetzt zurück nach Dingens. Ah. Wunderbar. Madame Katrina hat Monkey Island abgeschlossen. So. Madame Katrina. Sehr schön. Immer schon Geld kaufen. Äh. Waren kaufen. Waren kaufen. Geld kaufen. So. Äh. Wie sieht es aus mit Straßen. Da wollten wir mal weiter machen. Oh. Wieder eine Parade. Wuh. Bierfest. Bierfest. Wuh. Und wieder ein neues Bierfest. Auf Monkey Island. Köln. Echt? Er hat Bierfest. Und ich hab hier irgendwie gar nichts. Bier. Ich verstehe ja, dass man den fest macht, wenn man Bier findet. Aber dass man dann das alle zwei Wochen macht, verstehe ich dann wiederum nicht. Ist wie in Köln. Es gibt Monate. Hä. Okay. So. Du willst heiraten. Oh. Du willst heiraten. Ein Spektakel. Wie sieht es mit dem Feuer aus? Ah. Fast gelöscht. Brauchen wir noch ein Lagerhaus. So. Dann haben wir das auch. Und dann brauchen wir noch das hier. Machen wir auch zwei jeweils. Oh. Ne. Gehen wir hier hin, ne? So. Dreier sind das, ne? So. So Musik wie bei, äh. Im Disney-Film hier. Wie heißt es nochmal? Zauber-Ellen. 30, 30. Okay. Das gleiche. Und. Wunderschön. Braucht ihr noch Fisch? Fisch habt ihr auch. Können wir nämlich auch mal sagen hier, das. Ne, nicht kaufen. Okay. Wunderbar. Das läuft. Öl haben wir noch nicht, ne? Ich könnte eigentlich jetzt mal zur dritten Stufe wahrscheinlich gehen. Ne, Seife fehlt noch. Äh. Jetzt gucken wir mal bei Seife. Seife brauchen wir eigentlich Talg eine Minute. Und die braucht eine Minute. Also auch wieder eins zu eins Verhältnis. Also machen wir das irgendwo extra. Am besten hier hin. Hups. Los, ihr Wildviecher. Runter von meiner Insel. Ich war zuerst hier. Schon ein bisschen traurig. Na gut. Ich bin ja kein Fiesling. So. So. Fünf, ne? Das waren fünf. Ob das hier jetzt so ging. Spielstand gespeichert. So. Eine Minute, eine Minute. 30 Sekunden. Also. Könnten wir zwei Stück bauen, oder? Wir brauchen erstmal eine Seiferei. Eine Seiferei. Was ne Sauerei. Wir brauchen einen Ziegel. Meine Damen und Herren. Da müssen wir mal warten. Wir haben ziemlich viele Straßen gebaut und so. Da. Das Bierfest geht zurück. Bierfest. Oh, das Dauer der Feier. 30 Minuten. Attraktivität des Festes 52. Zufriedenheit plus 25. Produktivität plus 15 Prozent. Arbeitskräfte erforderlich minus 25 Prozent. Ach ja. Wir haben halt keinen Platz mehr. Wir müssen dann bald die Ziegelschmiede umbauen. Die Ziegelschmiede. Bei mir steht die ganze Stadt in Brand. Hilfe. Ja. Du hast das verwechselt. Mit Bierfest und Feuerfest. Ja. Hab ich schon gesagt. Eben. Du hast ein Bierfest und bei mir lodert. So hat jeder sein. Ja. So ein kleines Plösschen Mitchell. So viel Feuer ist es noch gar nicht. Ja. Und sie sind halt am Löschen. Aber wenn du in den Ego-Modus gehst. Das sieht dann schon dramatisch aus. Da hat's sogar Gaffer. Die stehen oben und gucken. Die Musik auch dramatisch. Ja, ja, ja. Und wir hier. Die ganze Zeit. Wie viel Einwohner hat denn deine Insel? 2.307 Ah, gut Deine? 3.100 Spalter Spalter? Ne, ich glaube insgesamt Einwohner, aha Ich habe ja noch eine zweite Insel Ja, habe ich auch, aber da passiert gerade nicht viel Ich habe jetzt zwei Kanonenboote Ziele in Sicht Aber so gut sind die glaube ich gar nicht Stimmt, Boote herstellen sollte ich auch schon lange Ja, wollten wir, glaube ich, letzte Folge Hat eigentlich Hat eigentlich das Hauptflaggschiff Kanonen, wenn ich die Kanonen entlade Oder hat das das nur, wenn die draufgeladen sind Ich blicke da halt nicht durch Das ist eine gute Frage So weit bin ich noch gar nicht Ich bin ja immer noch damit beschäftigt Das Dörfchen halbwegs aufrecht zu halten Keine Ahnung, ich baue jetzt mal ein Kanonenboot Und gucke da mal Aber was Was das Hauptschiff hat oder nicht hat So weit bin ich noch nicht So, wunderbar Oh guck mal, keine Straßen, ne? Immer noch nicht Hab ich doch mal da hingebaut So, haben wir noch mehr Fisch Noch mehr Fipf So 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 ein bisschen ungerade Machen wir das hier mal Ich bin ein Rebell Wir lieben sie Dankeschön Das höre ich gerne Melly Island Der kauft auch, ne? Bretter habe ich gesehen Also es geht immer bis zu diesem Ähm Ja Muss ich natürlich gucken Was immer ausgeht Bretter sind natürlich genug da Guck mal Und Schnaps jetzt auch, oder was? Oder zu wenig? Ne, Schnaps ist voll Hä? Ah hier Bleib bei 100 Das geht runter Klamotten gehen runter Da müssen wir jetzt mal gucken Wie sieht's denn mit Wolle aus? Wolle ist gut Komm, wir machen nochmal eins extra hier So Ja, ich würde schon gerne upgraden Ich habe auch ein bisschen Schiss Ja Wir machen erstmal hier Komm, wir machen muss unser Hauptstadtzentrum hier Ne, wir brauchen noch ein bisschen Fehlende Einwohner Zwei Da-dam-dam-dam-dam-dam Down-drain Seife fehlt doch noch Ich trottel Mann, das Bierfest ist toll Wo sind wir denn hier? So, dann machen wir jetzt noch das hier Das wunderschöne hier Und Upgrade brauchen wir noch nicht Da haben wir ein Lagerhaus Wir fahren alle ziemliche Strecken hier Gespeichert So Haben wir das auch? So, wie sieht's aus mit der Reichweite hier? Ha! Wunderbar Searchable Blank Geld geholt Plus 1200 So schön So schön Alles läuft hier Also, es müsste doch eigentlich schießen können Warum waren da nochmal Kanonen am Anfang drin? Stand pro Sekunde 44 Also muss es schießen Das war doch damals so Also, blä Dafür wollen wir Handwerker Okay Mindestens einen Ich warte einfach zu lange, oder? Einfach zu wenig Einwohner Und ich fiel zu einfach In der Seife, ne? Aber die Seife kommt ja jetzt Keine Sorge Seife kommt Seife naht Keine Sorge Schweinchen lassen wir einfach voll Ziegeltchen Der hat zu viel zu tun Kein Platz mehr frei Ja Bald habt ihr wieder Platz Keine Sorge Guck mal den Schnaps ab hier Meine Güte 25 Kanonen 34 Dengens Bummens Jetzt muss mal Seife gemacht werden Hier haben wir Ja Trauben Soweit sind wir noch nicht Seife da vorkommen Da haben wir auch noch nix Melee Island Wunderliches Dorf Ach ja Sehr wunderliche Dorf Ja So Dann machen wir mal So Dann machen wir jetzt erstmal die Ziegelbrennerei hier Damit wir hier Ziegel produzieren Das ist erstmal wichtig Damit das erstmal läuft Okay Dann haben wir das 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 Was ist hier nochmal auf der Insel? Hopfen Und Jagdgründe Aber wir haben nix zum Jagen Ist wahrscheinlich dann auch erst Handwerkerklasse Also müssen wir jetzt hier nochmal eine Handwerkerklasse machen Wir könnten doch alles hier hinschippern Aber warum nicht einfach nochmal hier eine Stadt aufbauen Müsste doch alles gehen eigentlich Wir könnten natürlich auch Sachen da hinbringen Aber Ich weiß ja nicht Doch ich beschnapp's und Also ein Krempel woanders bauen lassen Aber ich würde Wenn Dann würde ich dir Sachen hier hinbringen Und nicht da oben hinbringen Oh Komm schon Seife Seife wir uns doch mal was ein Ah Es fängt an Es fängt an Sehr schön Guck mal Ein Ziegel ist echt Ne Haben wir denn alles bei den Ziegeln Ach Die Lehmgrube Wie sieht es eigentlich damit aus? Komm Wir machen jetzt hier Dingens hin Das reicht's Das müssen wir unbedingt mal upgraden hier So ein bisschen mehr Ziegel produzieren Könnten auch mal Kanonentürme bauen Wir haben ja Einen Kanonenturm da Bauen wir hier einen hin Ne Komm wir haben Kanonenschiffe Alles gut Könnten hier oben Kanonenturm hinbauen Aber es ist die Frage Ob die auch so Dörfer Äh Knallen Häuschen Die Bösen Oh ich bin voll am Überziehen Es tut mir leid Leute Zu eurem Glück Ja Wir sehen uns wieder Nächste Folge War ja nur 1800 Bin gespannt was noch passiert Ich bin ein bisschen langsam Aber ich lasse mir ein bisschen Zeit Ja Also Leute bis dahin Haut rein Wir sehen uns wieder